Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geht das ein Stückchen nach hinten? Für den Aufhänger, ein grundsätzlicher Weg ist mir wieder gedruckt, dass er da hinten steht. Ich habe den Ausführschritt. Ich habe den Körper drehen und ich habe den Körper drehen. Das ist der wichtigste. Oberkörper aufrechten, Blocker bleiben und dann... Ich habe den Körper aufrechten. Bitte? Ich habe den Körper aufrechten. Ich habe den Körper aufrechten. Ja, okay. Okay. Ich habe den Körper fallen zu lassen. Vielleicht macht ihn noch einmal langsam auf dem GFD, wie du das Bein nach vorne führst, oder zurück zu. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist eine große Herausforderung. ... ... ... ... ... Der nächste Schraube. Gegenwitten. 6. Schraube. 1. Schraube. 10. Sprechen. 10. 10. 11. 11. 12. 15. 15. 15. 16. 15. 16. Hier jetzt nicht nur hier. Hatschen. Ich muss nur hier auf den Zdkärchen, aber nur darhaut da. Hier gut. Hier muss da das Garek machen. Hier steht der Zdkärche. Hier steht der Zdkärche. Ja hier steht der Zdkärche. Jetzt muss ich hier auch erst dasselbe. Machen und zurück. Man sieht das wieder, aber nun ist es noch etwas ... Man sieht das ... Dann gibt es noch etwas, was ich habe noch nicht bewusert. Wenn es ein Koffer wurde, dann Roman plötzlich aus der extractivität und der Körper nichts ein Verkauf. Ja! Der wird! Ok. Ich muss noch ein Gerät zusammen. Seidig später. Mal ein Stück hier. In wo? Ich steige die Brücke nach 3. Ich mache den zweiten Schluch. Soll ich das schicken. Der schlägt mal aus. Ok. Uchigabe plus Uchigabe. Uchigacke auf Uchigabe. wall! Uchigabe! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Nach jeder Kategorie, durchschüttung, kräftige Kuhladung, dann muss das sein. Okay, du siehst die Wasser. Kadamiwasser gegen Hand, Armfassen gegen Dämon. Töchtlich. Eins. Das ist das. Das war der Kopf. Das war der Kopf. Vielen Dank. 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 Hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Koch herb. Koch er usee. Okay. Hatte ihn mir da sein. Gehen ein, der hier hinten. Sechs Stück. Er fing, von oben? Er fing, von oben. Ihr fällt mir leid. Ihr fällt mir ein. Er hat eine Brücke gegen die Karten. Wie geht es? Er hat sie bei einem anderen Karten? Er hat sie bei einem anderen Schleetz. Er hat sie mit ihm. Er hat sie mit dem Regen. Abwerfen lassen, gegen verschiedene Abkriegungsstöpfe. Abwerfen lassen, gegen verschiedene Abkriegenstöpfe. Abwerfen lassen, gegen verschiedene Abkriegenstöpfe. 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 Das ist ein Schlauch. Ich bin ein. Ich habe schon noch was in die Zeit. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin ein. Was ist denn generell? Ist der innen am Stock? Wenn er angreifen, blockst ihn. Was passiert mit dem Stock? Schlauchst du? Dritte oder so. Diagonale Angriff. Dritte Technik, die er gemacht hat, der dritte Angriff, solltet bitte noch einmal angreifen, die wir mit dem diagonalen Block ziehen. Schlauchst du? Ja, okay. Eingefahrt auf diagonal. Wo wird das ab? Nur den Block. Lass das immer weiter springen. Wenn ich nicht. Moment. Erste Möglichkeit. Die gehen. Zweite Möglichkeit weiter nach vorne steigen. Aber so kriegst du ihn wahrscheinlich rein. Und du abruft. Den Schmunzelstock. So. So wird dann weiter. Und du abruft. Dann machen wir so. Der Bette steht. Der Bette steht. Der Bette ist ja nicht so. Abwerfung auf den verschiedenen Arten von Stoffenschneiderwacken. Stoffenschneiderwacken Würdest du die Leidmappe machen, bloß für dich? Nein, überhaupt nicht. Aber es war sowieso nur auf der Strasse und da hab ich Schuhe dran und Keine Sachen? Keine Sachen. Aber ich werde nicht die Füße mitmachen. Ich sicher nicht. Ich weiß nicht. Ich wollte nicht die Füße mitmachen. Das ist gut. Magst du hier geben? Ich brauche es zu sein. Das reicht nicht. Hedduk! Ich brauche es zu sein. Hedduk. Hedduk! Wohin! Was geht denn jetzt weiter? Du hast jetzt ja erschützt, oder? Ja, das wird mir nachgeräumt. Ja, und dann lege ich die Waffe auch dazu. Ja, das ist ja besonders gut. Ja, das geht doch. Ja, das geht doch. Ja, genau. Ja, danke. Das geht doch mal was anderes mit dem Arbeiter. Du hast es aber normalerweise beim Leben schon gehabt, dass er den Lauf in Richtung deines Körpers gedreht hat. Ja, aber er soll mich doch getroffen sein. Ich schieße einfach nicht. Gut. Gut. Anwendungsprogramm. Nothilf. Geh weg. Ja, das braucht. Super. Gut. Gut. Dann geht's. Gut. Gut. Ja, ich soll eine яйоз werden. Hier habe ich jemanden an Jesus currently in Haaren zu sehen. Ist nicht das mit dem Thema, wie man ist es so sehen? Wie war das? Und als wenn ich vielleicht etwas will, was ich gerne das gerne, won 더�方es angehen, liebe Jonas machten. Ja, Gott Expectiert. Okay, der Dritte ist das происходит. Ja, ich bin damit. Weil mich doch schon goodbye und will, wenn du viel auf jemanden zu kämpfenЧто? So escre Din und verte dreht lasst, fällt lại dann im Fall är glücklich und auf aus. Bist du nicht? Bist du nicht? Bist du nicht? Bist du nicht? Das ist ein Böder. Naja. Staub. Nein, 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 nein. Das ist meine Gefahr, dass ich meine Freundschaft, dass die Waffen, was er nun macht, er reicht. Wann passiert, dass er das Opfer schlusslich gibt? Obwohl du jetzt gar nicht da was hast. Okay, also ein Opfer nie in den Rücken zu machen. Wenn man weiß, dann passiert immer wieder, dass die zwei Köchen, die Rücken nicht mischt, wenn man in den Rücken schlusset, dann werden alle zwei ausgenutzt. Das ist immer auch was, ja. Wenn ihr zwei Begrüßt, würde ich maximal die Probe reinlosen. Das ist immer zu klären. Mit der Zuschauung. Das ist immer. Man kann immer noch erste Lippe heißen. Also Nothilfe ist halt auch so eine Sache. Was kommt vor der Nothilfe? Mit der Schutz des anderen? Auch mit der ersten Lippe? Selbstschutz. Wenn der da zu heiß ist. Ja, aber da ich jetzt Kampflot kam, jetzt habe ich auch nicht mehr, jetzt habe ich etwas machen müssen. Nein, nein, das passt ja. Das ist jetzt ein Beispiel. Das ist das Zerrettungsgeld. Du musst jetzt zuerst einmal alarmieren, dann muss ich mal schnappern. Und da ist natürlich besonders eine Situation, wo ich gerade bin, dass ich da mal zuerst den Kammler geholt. Weil ich glaube, das ist ja gut. Das ist ja gut. Ja, nicht mehr und plötzlich gut. Ich habe ein Herz, weißt du? Das heißt, eigentlich muss ich immer... Das ist wie ich gesagt habe. Vorher, bevor ich war so ein Problem. Ja. Ich habe mir gesagt, warum das mache ich nur. Ich habe mir gesagt, warum das mache ich nur. Ich habe mir nur noch eine Akubatik gemacht. Ich habe nie vergeben. Ich habe nie vergeben. Das ist einfach nur eine kleine Geräte dafür. Wie hast du jetzt an? 2 Punkte, nur eine 3 Entmustration. Ja. Wir haben eine Karte erstattet. Dies wurde ich erstattet und in der Schmutz. Und wir haben eine eigene Interpretation der Technologien. Die sind aber alle wieder wie Frauen. Ok. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's. 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 Das war's.